Wieso hat das Fahrzeug mit Ukrainer Kanzlerin keinen Strafzettel und ich habe hier einen? Warum? Ja und ich zahle die Steuern. Warum klatschen sie in keinen Strafzettel und wir klatschen sie eine? Warum dürfen die? Dürfen die einfach ihre Fahrzeuge abstellen wo sie wollen und ich muss dafür Steuerzahler muss dann nicht. Und das wird einfach so toleriert. Ich zahle als Steuerzahler jetzt einen Strafzettel zahle und der andere darf fragen wie er will. Nee das geht doch nicht. Wo bleibt dann die Gleichberechtigung? Das können sie doch nicht bringen. Das geht nicht man. Das müssen sie wieder wegnehmen. Was für ein Einspruch alter Mann? Hau doch auf. Da hier. Warum haben sie da keine? Warum nicht? Warum nicht? Warum? Es ist ein Problem.